Remington EP7500 Der 5-in-1 Epilierer ist im Vergleich zu anderen Modellen ein günstiges Mittelklassegerät mit normalen Funktionsumfang. Im Lieferumfang sind fünf verschiedene Aufsätze enthalten, unter anderem ein Rasierkopf mit Bikinikamm und eine Massagekappe mit Aloe Vera. Der Epilierer ist trocken benutzbar und darf nicht unter der Dusche oder in der Badewanne verwendet werden. Der Epilierkopf ist jedoch unter fließendem Wasser abspülbar. So entfernt der breite Epilierkopf zuverlässig in einem Durchgang alle Haare. Das LED-Licht leuchtet die zu epilierende Hautstelle aus und soll die Körperpflege noch einfacher machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017